Feuerdrama mitten auf einem See in den USA. Hier fackelt ein Motorboot ab. Was anfangs noch wie ein angebrannter Grill qualmt, entwickelt sich rasend schnell zu dicken Rauchschwaden und offenem Feuer. Von einem herbeigeeilten Boot wird gefilmt und herübergerufen, das Boot schnell zu verlassen. Explosionsgefahr. Nur Sekunden später zischt es und greifen die Flammen weiter um sich. Der Sprung ins Wasser, die Rettung. Die beiden Schiffbrüchigen werden an Bord genommen. Von dort aus müssen sie mit ansehen, wie ihr geliebtes Bötchen zerstört wird. Ein Löschwasserfahrzeug bekommt die Flammen unter Kontrolle. Das ausgebrannte Boot sinkt schließlich. Verletzt wird bei diesem spektakulären Brand auf dem See aber zum Glück niemand.